ein wunderschönen guten tag meine freunden und herzlich willkommen hier zu einem neuen let's play auf meinen simulations kanal ich bin der fuchs für euch und schön dass du da bist ja wir spielen heute den walking simulator mein leben ihr habt richtig gehört es gibt einen walking simulator ja ich konnte nicht sagen ich muss es mir runterladen das geile dabei ist auch das spiel ist gratis also jeder kann es von euch spielen geht auf steam sucht nach dem walking simulator und ihr könnt laufen bis die rübe platzt so und wir sind jetzt hier im hauptmenü es gibt zwei verschiedene akte einmal in der antarktis einmal ein bisschen ganz normal hier im wald und keine ahnung im dunkeln im fels gedönst ich weiß es nicht es gibt sogar ein letterboard leute nein ich lüge ich schwitte dich es ist wirklich so ich habe es auch nicht irgendwie ein programmiert wir werden noch ausführen was bedeutet ich weiß nicht ob derjenige hier eine milliarde eine millionen schritte gelaufen ist i don't know es gibt auf jeden fall ein letterboard sehr interessant so und wir wollen mal einfach mal los morgen oder habt ihr lust darauf einfach mal total dumm penibel einfach durch die gegend zu laufen wir machen es ich möchte mal nicht in die antarktis oder wollen wir die antarktis aha ich kann mich nicht entscheiden ich habe letztens schon let's play gesehen haben die antarktis gemacht ich will mit euch einfach ich glaube nein kann ich gar nicht okay da hat sich erledigt ich sag nichts wir gehen in die antarktika so hier sind wir mit unserem man unseren walking man baby okay also setting es hat die frage ob wir überhaupt direkt auch auf der erde sind das sieht mir schon so ein bisschen aus hier so landschaftsmäßig ich kenne mich ja zwar nicht so aus aber vielleicht einfach nur eine forschungsstation mit nennen da an das so wir wollen laufen leute das was ich schon über das spiel weiß ist wenn man schon auf die linke seite guckt sieht man ja likes 1 das habe ich beim anderen video gesehen man sammelt hier likes in dem spiel umso mehr likes man hat ich glaube damit kann man sich sachen kaufen mehr aufheben da noch mehr hier nur das hier okay also wir sind sowas wie ein postbote könnte ich mir vorstellen hier also wir müssen 1200 meter laufen what the fuck 1200 meter muss ich jetzt da hinlaufen ist es dein ernst ohne auto okay auf geht's oh yo man wir sind schon mal fast 300 meter gelaufen ich brauche eine pause aber nein es geht weiter die füße dürfen nicht müde werden also wenn wir schon auf ihr es geht weiter es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter ich mache weiter denn ich habe weiter ich mache weiter oh baby humans hulk am start wir haben die hälfte geschafft etwas über die hälfte wir sind jetzt bei 483 meter die füße laufen wie von alleine geschmiert mit butter let's go da hinten ist eine lebensform er hat einen leuchtenden stapel in der hand er kommt auf mich zu ist er freundlich ist ja feindlich ich habe angst er sagt dich hallo ich warte hallo wer sind sie man du hast mich wehgetan oh no well wir sind böse menschen die leute 31 meter noch wir haben es geschafft wir sind geflogen von den kollegen wir stehen jetzt hier vor einem tor mitten im berg drin glaube wir sind da lass uns reingehen okay hallo ich bin der neue tag aber schön dass sie hier drin wischen ah guckt hier kann ich für 100 likes in snowmower kaufen geil ein snack automat ja nice bei energy drinks kosten 15 likes nice bruder erstmal fastfood voll kloppen hey boy congratulation nach sie 76 likes bekommen rap the intel box from the rack okay also ich bin einfach nur ein postbote ein dhl männchen das von a nach b rennt in der antarktis wie nice ja leute das war es schon mit dem walking simulator ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mal wieder bock habt auf gar nichts auf simple scheiße auf einfach mal gehirn ausschalten und durch die gegend laufen dann ist der walking simulator einfach das beste es hat einfach er hat keine anforderungen ihr muss einfach nur rennen mein lieben ja und wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch mal einen fetten daumen nach oben da und abonniert meinen kanal und ich glaube ich werde doch einfach mal eine runde laufen es hat mich doch etwas erregt ist ein neuer fuchs ciao any ideas